servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir hatten unter der woche ja schon mal dieses thema hier zum release von patch 10.2 wird es zwei neue twitch drops geben einmal dieses white riding camel mount und einmal dotty das kleine alpaka pad ich zeige jetzt hier die englische version des blizzard artikels mittlerweile wenn ihr dieses video seht kann es gut sein dass es schon eine deutsche gibt aber gestern als ich dieses video aufgenommen habe gab es noch keine die deutsche seite ist da in der regel immer etwas langsamer zumindest ein bisschen und da ich heute den ganzen tag unterwegs bin bis abends müssen wir das so machen letzten endes über twitch jobs und so weiter haben wir schon sehr sehr viel geredet wie das funktioniert ist an und für sich recht einfach ihr müsst natürlich dafür ein twitch account haben wenn ihr world of warcraft spielt gehe ich auch davon aus dass ihr ein battle net account habt und dann in euren einstellungen hier unter diesem reiter könnt ihr dann euren twitch und battle net account verbinden das ist wichtig sonst funktioniert die gesamte geschichte nicht denn ansonsten kann blizzard euch die items natürlich nicht gut schreiben mittlerweile ist halt bekannt wann und wie ihr diese ganzen sachen ergattern könnt und zwar wird das ganze aufgesplittet dotty hier sind jetzt die amerikanischen daten leider drin aber das ist gar kein problem ihr seht es 7 november 10 am pst geht die gesamte geschichte los bei uns ist das dann ebenfalls am 7 november ab 19 uhr abends also ab dem zeitpunkt könnt ihr einschalten und die ganze geschichte schon verdienen da ist der patch bei uns zwar noch nicht draußen aber wenn ihr beispielsweise amerikanische streamer gerne guckt oder es muss ein amerikanischer streamer sein eu ist ja dann das noch nicht raus könnt ihr euch schon mal dran versuchen dotty zu verdienen das ganze läuft dann bis zum 14 november 19 uhr also den mittwoch und um dieselbe uhr zeit also das läuft aus und dann beginnt quasi die zeit für das white riding camel wie bei allen bisherigen twitch drops wie das halt bisher auch war müsst ihr während dieser zeit dann also vom 7 bis zum 14 november müsst ihr bei kanälen zugucken und in der regel waren das dann immer vier stunden ist ziemlicher standard ist auch in der regel jetzt nicht so schwer zu ergattern da habe ich auch schon ein paar mal gesagt kleiner tipp wie ich es immer mache ich gucke ehrlich gesagt in den letzten wochen und monaten so gut wie gar keine streams mehr hauptsächlich weil ich keine zeit dafür habe und dann auch keine lust aber ich habe es dann immer so gemacht entweder auf dem pc zweiter monitor stream auf und lautlos gestellt weil ich da das gefühl hatte wenn es im hintergrund läuft haben sie das irgendwie deaktiviert da hat teilweise der timer nicht mehr gezählt wie es aber safe funktioniert und so mache ich es dann jetzt danach immer twitch app auf dem handy müsst ihr euch natürlich auch einloggen dann da irgendeinen stream aufrufen laufen lassen macht den ton runter legt das handy mit dem display nach unten irgendwo hin und ja abfahrt hat zwar der streamer nicht so viel davon weil ihr nicht im chat interagieren aber letzten endes mein gott könnt ihr wenn ihr wollt dann bei mir auch machen falls ich denn mal wieder streame stört mich ehrlich gesagt nicht und diejenigen die sich einfach nur das pad verdienen wollen die können das tun ohne da jetzt sich irgendwie groß gedanken machen zu müssen ihr seht auch oder ihr kriegt das auch angezeigt unter diesem reiter hier wenn ihr auf euer profilbild klickt und dann bei drops und belohnungen könnt ihr jederzeit gucken wie viel watchtime ihr jetzt gerade schon habt also da wird dann angegeben weil nicht habt jetzt 50 prozent dann wisst ihr okay ich muss jetzt noch zwei stunden irgendwo zugucken und dann läuft die geschichte und dann könnt ihr einfach auf dieser seite von eben auf einlösen klicken und dann wird das kurze zeit später eurem bow account gutgeschrieben wenn ihr euch einloggt und dasselbe ist dann natürlich beim white riding camel auch so bedenkt nur falls ihr das noch nicht kennt sobald dann dieser zeitraum abgeschlossen ist habt ihr auch keine chance mehr auf das dotty pad oder auf das kamel halt also der wechsel ist ziemlich nahtlos und wenn hier die zeit rum ist dann war es das halt auch dementsprechend ich habe jetzt sehr sehr lange nicht mehr gestreamt und ich bin noch unzuverlässiger geworden als ohnehin schon das letzte mal war vor zwei monaten am sechsten september fast dann wenn ihr dieses video seht auf den tag genau zwei monate ich werde auf jeden fall stream sobald der neue raid draußen ist das ist ja dann eine woche später also nach dem achten wenn wir wieder raiden da aber diesmal mit einer kleinen änderung im vergleich zu sonst ich habe ja sonst meistens auch immer zumindest am anfang immer erst mal gestreamt wenn der raid neu war diesmal werde ich aber das hatte ich beim letzten stream auch schon mal gesagt während der tries und so weiter die fresse halten ich habe für mich selber gemerkt ich habe es im letzten tier in aberus ziemlich übertrieben und habe mich dann bei den mythisch bossen nicht konzentriert bei den ersten geht das noch aber wenn ich hinten raus die ganze zeit am labern war wie es teilweise bei neltarion gemacht habe dann brauche ich zu viel müll da ist man zu abgelenkt das funktioniert nicht also während den tries erwartet bitte keine kommunikation haben fast die 3000 follower voll also wenn wir die noch voll machen möchten ich würde mich freuen aber ist kein muss auf twitch jetzt nicht so super aktiv und ich bin auch ehrlich ich möchte keine versprechung machen von wegen ich werde jetzt so und so viel stream das klappt eh nicht und dadurch dass ich im moment ziemlich viel arbeiten muss kriege ich es eh nicht auf die kette von daher machen wir es so machen wir es so wie weihnachten diese extrem sind fast genauso oft wie weihnachten und dafür ist es dann halt immer mal was besonderes ne also zwei ganz nette items hatte ich ja im letzten video gesagt das ist ein tcg item das war mal eine promotion für die make a wish foundation eine amerikanische organisation die wünsche von kranken kindern erfüllen also das geld ging meiner meinung nach sehr guten zweck entgegen kam auch einiges zusammen und jetzt können wir diese items halt noch mehr ergattern finde ich eine coole sache twitch drops finde ich nice dass sie die dinge eingeführt haben da habe ich nichts dran zu meckern damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen